Hi, mein Name ist Jasmin von HiBike. Wie ihr alle wisst, passieren tagtäglich Fahrradunfälle und leider werden auch immer mehr Fahrräder gestohlen. Und genau deshalb haben wir für euch eConnect entwickelt. eConnect ist ein Modul, welches im Fahrrad verbaut und an den Motor bzw. an die Lichteinheit angeschlossen wird, um mit Strom versorgt zu werden. Das Modul selbst besitzt aber noch eine eigene Batterie, um bis zu sechs Monate im Standby-Modus zu funktionieren. Die Diebstahlüberwachung von eConnect wird über die App gesteuert. Ist der Modus aktiv, erkennen verschiedene Bewegungssensoren und ein GPS-Sender, ob dein Bike bewegt oder sogar vom letzten Standort entfernt wurde. Sobald dies der Fall ist, bekommst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Handy, sodass du live und europaweit den Standort deines Bikes verfolgen und dies der Polizei melden kannst. Außerdem dient eConnect zu deiner Sicherheit, denn es erkennt automatisch Unfälle. Das heißt, sobald du einen Sturz hast, wird automatisch eine SMS an die von dir hinterlegten Kontakte gesendet. In der SMS wird die aktuelle Position von dir mitgeteilt, damit dir deine Freunde und Bekannte Hilfe organisieren können. Du selbst hast aber auch die Möglichkeit, den Versand der SMS abzubrechen, falls der Sturz nicht allzu schlimm war. Zudem bietet eConnect noch weitere nützliche Funktionen. Du kannst sämtliche Routen, zum Beispiel von der Fränkischen Schweiz bis nach Madrid, aufzeichnen. Ermöglicht wird das durch das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Die Routenaufzeichnung kann europaweit genutzt werden. Anschließend kannst du die aufgezeichneten Routen umfangreich in der App oder im Webportal auswerten. Alternativ ist es möglich, die GPX-Datei herunterzuladen. Die eConnect Onboard-Unit wird übrigens automatisch beim Fahren über das Mobilfunknetz geupdatet. Das heißt, alle neuen Funktionen stehen dir somit automatisch zur Verfügung. In allen Fly-On-Modellen ist eConnect integriert. Als besonderes Highlight ist hier zu erwähnen, dass sogar das Antriebssystem über eConnect aktualisiert wird. eConnect ist aber auch in vielen anderen Highbikes bereits integriert, ist aber auch jederzeit nachrüstbar. Starte also auch dein Highbike mit mehr Sicherheit und mehr Komfort aus und hol dir eConnect.